Ich habe schon einen ganzen Goldcoin zusammen. Ich mag die Hölle, dafür verdient man voll gut Geld. Und es ist nicht mehr ganz so langweilig, auch wenn es irgendwie spannender sein könnte. Naja, wir werden sehen, ich habe ja noch genug Tränke dabei, um es spannender zu gestalten und mich im Notfall irgendwie zu beschützen. Allerdings habe ich ja hier jetzt den Spiegel im Gegensatz zu meiner Singleplayer-Welt, wo ich den Spiegel irgendwie in der Hölle noch nicht hatte. War immer ziemlich angenehm. Ich konnte eigentlich gar nicht davon ausgehen, dass ich nochmal hochkomme. Ich muss eigentlich, ich wusste eigentlich immer, dass ich sterben würde, aber ich habe mich dann immer noch so lange verteidigt, wie ich irgendwie konnte. Allerdings hatte ich mir da auch nicht so einen praktischen Fall, Freifallgang gebaut. Sonst wäre ich wahrscheinlich dadurch wieder hochgeklettert. Hätte zwar lange gedauert, aber ich sage mal, das war eine Singleplayer-Welt. Das stört keinen, wenn es lange dauert. Also außer mich und ich hätte es verkraftet. Ah, da komme ich dran. Sogar, ach ja, ich vergaß. Ne, das lasse ich dann doch sein. Komm, hier wieder zu bauen. Ach, das sind Obsidian Bricks. So sehen die also aus. Ich finde das, also eigentlich, man kann hier schon richtig schöne Sachen bauen. Ich habe da mal so ein paar Screenshots gesehen. Allein durch diese ganz verschiedenen Farben. Ich sage mal, diese Bricks, die sind ja eigentlich das Gleiche. Also, die kann man, die haben ja eigentlich so viele Verbindungszwecke, wie die Minecraft-Wolle. Aber, naja, die ist halt auch teuer zu craften bei den meisten Materialien. So, und maximale Leben. Mehr als 400 geht nicht. Und raus hier. Lass mich raus hier. Au. So, dort ist wieder Obsidian. Da kann ich drauf gehen. Bin ich auch dankbar für. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die ganzen Vasen immer zerstöre. Ich meine, normalerweise geht man da immer runter, in der Hoffnung, dass da ein... Hier. Ne. Schatten drohe ist. Aber ich kann die ja nicht öffnen. Ähm. So. Ich gehe wieder auf Tauchstation. Ich meine, hier muss doch irgendwo schon etwas mehr sein. Einfach in die nächste große Lavagrube stürze ich mich rein. So. Dort hinten ist vergleichsweise viel. Dort. Ähm. Es war immer noch wenig, aber es ist mehr als sonst. So. Dich weg. Dich weg. Einfach mal alles weghauen. Hier brauche ich auch noch keinen Girls-Fausch. Den werfe ich mir erst weiter unten ein. Irgendwie... So. Hier ist dann allerdings mein Mikrofon ausgegangen. Zumindest wird einfach mein... Meine Stimme wurde nicht mehr aufgenommen. Das ist jetzt gerade nachkommentiert. Und ich kann direkt schon mal so viel verraten. Jeden Moment bleibt auch das Bild stehen. Fragt mich nicht, warum. Vielleicht hatte ich nicht mehr genug freien Speicher. Ja. Bild bleibt stehen. Spielzeit läuft erstaunlicherweise noch weiter. Äh. Ich erzähle jetzt mal kurz noch ein bisschen. Labere ich einfach über den leeren Bildschirm. Wen das nicht mehr interessiert, der kann jetzt ruhig ausschalten. Die Folge passiert jetzt nichts mehr. Außer dieses Standbild hier. Ähm. Ja. Jetzt fehlt halt eine Folge. Aber wenn ich mich direkt in die Reihe, ist da auch nichts Großes passiert. Und. Ja. Ich würde euch gerne sagen, danach läuft alles wieder glatt. Aber ich kann euch so viel verraten. Bei der nächsten Aufnahme fehlen auch die letzten 20 Minuten, weil die einfach nicht mehr aufgenommen wurden. Was habe ich dir getan, Camtasia? Egal. Wir sehen uns morgen. Oder gleich. Keine Ahnung, wie viele Videos ihr jetzt noch schaut. Tschau. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Terraria. Äh. Ich beginne die Aufnahme hier übrigens mal kurz direkt mit einer ganz kleinen Umfrage. Weil ich mir gedacht habe, ich fange damit lieber einmal an, bevor alle ausschalten. Nämlich. Einige von euch kennen vielleicht sich mit Terraria aus und wissen, dass mir noch zwei vergleichbar eigentlich Standard-Eintems fehlen. Die Cloud in der Bottle, die uns einen Doppelsprung ermöglicht. Und die... Ich weiß gar nicht, wie die Stiefel heißen, mit denen wir halt rennen können. Äh. Ich könnte jetzt entweder mit einem Spelankas-Potion in Höhlen gehen und einfach so viele Kisten suchen wie möglich. Oder ich gehe einfach in meine Singleplayer-Welt und achieve mir das Ganze dann. Ihr könnt jetzt entscheiden, was ich machen soll zur nächsten oder übernächsten Aufnahme-Session. Müsst das dann online sein, dann kann ich mir das dann angucken. Zum nächsten Punkt. Die ganz aufmerksam von euch haben vielleicht schon diese riesige Farm hier entdeckt. Ja. Die habe ich gebaut, weil mir... Naja. Weil ich gedacht habe, wir brauchen mehr Pflanzen und ich hatte zu viel Freizeit. Deswegen habe ich das Ding mal gebaut. Die Blinkwots hier, die sind komplett aus dieser Welt. Die wachsen einfach wie verrückt. Ich farm die einfach mal mit der Harpune ab. Äh. Die wachsen so schnell, wir brauchen nie wieder Blinkwots. Ich habe oben schon einen ganzen Stack liegen. Hm. Die Moonglows da drunter, die wachsen weniger schnell. Habe ich da aber auch alle selbst angepflanzt. Da drunter seht ihr eine Doppelreihe von Dayblooms. Die seht ihr jetzt nicht, weil das außerhalb des Bildschirms ist, aber da befindet sich eine. Äh. Die habe ich mir gecheatet. Beziehungsweise aus meiner anderen Welt herbeigeholt. Weil wir hatten in dieser Welt einfach so ein Fech mit den Dayblooms. Eigentlich, wenn man da keine vernünftige Anzahl an Dayblooms direkt von Anfang an hat, kann man das auch gleich vergessen mit so einer Farm. Deswegen habe ich mir die einfach kurz, äh, seht ihr, da wachsen sie schon nach. Deswegen habe ich mir die einfach jetzt kurzerhand gecheatet. Ich hatte, oder halt, eigentlich ja nur rübergeholt. Ich hatte in der anderen Welt noch irgendwie 36 Stück. Also Samen. Seht ihr jetzt auch alles nur Samen? Das bedeutet, das sind jetzt die ersten Dayblooms, die ich hier ernte. Äh, ja. Dann können wir auch endlich mal vernünftig mit den ganzen Tränken umgehen. Das ist eigentlich bei Terraria ein Punkt, den ich sehr gerne benutze, weil die wirklich hier wesentlich, also mehr Möglichkeiten bieten als Minecraft. Also als in Minecraft die Tränke. Äh, übrigens, falls ihr euch fragt, warum hier oben schon so schön diese Planket Walls sind, hier unten bis jetzt nur Dreck. Weil das Zeug einfach scheiße teuer ist. Ich weiß nicht, wie oft ich Holz holen musste, bis ich hiermit fertig war. Und dann hier auch noch alles mit Hintergrund zu versehen ist ein bisschen teuer. Außerdem muss ich, naja, um die Wand abzubauen, natürlich hier mit dem Ding da durchgehen. Und dabei mähe ich natürlich auch die ganzen Blumen ab. Deswegen sollte ich das erst machen, wenn ich genug Samen gesammelt habe. Hier kommt, hier baue ich später Death Street an. Da besitze ich allerdings augenblicklich keine Samen. Die werden nur bei Blutmund gedroppt. Und weil ich jetzt nicht auf den Blutmund warten wollte, habe ich das einfach mal so gemacht. Hier wachsen Waterleaves. Vielleicht erkennt man die hier, die sind da unter Wasser. Die droppen nur dann Samen, wenn sie abgebaut werden, während sie unter Wasser sind. Deswegen steht hier auch das Ganze unter Wasser. Hier kommt dann später noch eine zweite Ebene hin, die ich auch noch unter Wasser setze. Hier haben wir Fire Blossoms, also die Lava Blumen. Die droppen entsprechend nur Samen, wenn sie unter Lava sitzen. Und weil ich bis jetzt keine Lust hatte zu verbrennen, ist da erstmal noch nichts. Ich meine, ich kann ja erstmal nur warten, bis sie ausgewachsen sind und vielleicht ein paar mehr Samen sammeln. Oh, ich sehe auch gerade, es wird schon Nacht. Vielleicht sollten wir uns dann auch mal in die... Also, naja, zu dieser Nacht schaffen wir es jetzt nicht. Aber zur nächsten Nacht gucke ich mal, dass wir dann bewusst einen Blutmund erzeugen. Das geht mit dieser Water Candle. Die müssen wir aber dann leider natürlich erst holen. Ähm, und wie gesagt, Blinkworts haben wir... Ja, schon über zwei Stacks. Das brauchen wir nicht mehr. Stattdessen können wir uns doch jetzt einfach mal irgendwas Tolles zusammenschustern mit den ganzen Blumen, die wir jetzt haben. Ähm... Ich könnte mir zum Beispiel mal Leuchttränke machen, damit ihr mehr sehen könnt nachts. Moment, habe ich... Ah, für die Leuchttränke brauchen wir allerdings die Glowing Mushrooms und davon habe ich leider nicht gerade viel. Davon kann man zwar auch eine Farm machen, aber ich habe keinen Glowing Mushroom Glass... äh, Glass, deswegen konnte ich das bis jetzt noch nicht anpflanzen. Und ich sag mal so, abgesehen von den Waterleaf Samen und den Fire Blossom Samen, habe ich jetzt hier nichts speziell noch in der Welt abgefarmt. Übrigens, ich habe hier noch den Lava-Eimer vom Fire Blossoms Farm. Sonst, naja, nicht, dass sich irgendwer wundert, woher der kommt. Andererseits werdet ihr, glaube ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung, also selber keine Ahnung haben, was ich hier im Inventar habe. Ich meine, das weiß noch nicht mal ich. Äh, falls jemand sich fragt, was ich hier gerade mache, das kann ich sagen, in die falsche Richtung gehen. Weil ich nämlich in eine Höhle wollte, um mir dort die, wie heißt es, wie denn... Na klar, jetzt kriege ich auch nicht so eine blöde Scheppe. Die, äh... Was habe ich gerade gebraucht? Ich habe es schon wieder vergessen. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Nein. Ach doch. Ah, genau, ich wollte Glowing Mushrooms abbauen. Das war's. So kompliziert. Okay, das Ding macht wirklich sauviel Schaden. Ich glaube, das ist einfach meine Lieblingswaffe. Ich meine, 74 mit einem einzigen Schuss. Gut, die Rüstung tut vielleicht auch das eine oder andere dazu bei, aber... Also trägt das eine oder andere dazu bei. Äh, sag mal... Ach ja, jetzt weiß ich wieder, wo unsere Höhle war. Die war doch da direkt unter unserem Haus. Wieso habe ich die übersehen? Oh, ich könnte jetzt mal schnell ein paar Moonglows abfahren. Nachher habe ich jetzt keinen Nerv zu. Äh... Dann fällt gerade übrigens ein. Hier oben ist jetzt der Eingang zur Höhle. Das habe ich ein bisschen dicht gemacht, alles. Äh... Kann ich mal da runter? Danke. Also, wo ist denn das... Ja, der Pilzwald? Den bräuchte ich jetzt. Oh, Moment mal. Ist das da ein Waterleaf? Den baue ich mal kurz ab, damit ich es euch zeigen kann. Äh... Zacka. Jetzt muss ich den Lava einmal hier noch hinschütten. Ähm... So. Lava ausschütten. Wasser aufsammeln. Dorthin setzen. Abbauen. Jetzt haben wir Waterleaf Seeds. Und jetzt kann ich auch mir die Lava wieder mitnehmen. So. Und hier jetzt schnell den Weg wieder frei graben. So. Weiter runter.